Hallo, ich bin Henning Baum. Kommt mit mir auf eine Zeitreise ins Jahr 1887 und guckt euch mal an, wie die Stadt Essen da so aussah. Brille auf und los geht's. Gerade wird der alte Krupp beerdigt, da ist eine Menge los auf den Straßen. Das Ganze heißt hier Mixed Reality, irgendwas ganz Neues. Taucht mit mir ein ins Abenteuer und lasst euch mitreißen. Ich bin ziemlich neugierig. Ich bringe mich um den Krupp da. Sohr nach spotted ihn überall. Ich bringe mich auf den kleinen amen Unstärksoiano mitbe remembering den Anzeig hecho. Und jetzt kommt da die Krupp.